Hallo Leute, ich bin's Felix. Heute nehme ich euch mit auf eine Zeitreise mit Playmobil DinoWise DinoWog. Und weil es so viele Teile sind, hier mal wieder ein Trick für euch. Wow, schon fertig. Guckt mal, was es hier alles zu entdecken gibt. Hier oben ist die Wachstation. Ian hat von hier alles im Blick. Wenn es mal gefährlich wird, hat er hier auch eine Schussanlage. Wow, das hat richtig Power. Hier ist der große Bohrer. Mit dem kann man fahren und vorne den Bohrkopf drehen. Ralf ist der Bohrmeister. Oben auf dem Labor ist auch noch eine Abschussanlage. Probieren wir die auch mal aus. Yes, klappt auch richtig gut. Guckt mal, was wir hier haben. Hier ist ein Kristall drin. Ah, hier ist das Schussloch. Probieren wir mal, ob er passt. Wow, was ist das denn? Der riesige Stygosaurus. Hier sind noch mehr von den großen Kristallen. Ich glaube, hier ist Ralf mit seinem Bohrer gefragt. Wow, noch einer. Auch ins Labor. Oh oh, ich glaube, der DinoWog wird echt wütend. Einen letzten Kristall sehe ich da noch. Holen wir den letzten Kristall auch noch raus. Oh nein, ein Erdbeben. Aber wir haben alle Kristalle gerettet. Wir haben das Geheimnis von DinoWog gelüftet. Und Ludmilla kann die Kristalle alle im Labor untersuchen. Aber wo ist nur Ian? Ah, der steht noch oben auf dem Felsen. Ian kommt durch den Geheimgang zu den anderen. Ihr seht, beim DinoWog warten viele spannende Geheimnisse auf euch. Den Playmobil DinoWise DinoWog gibt es jetzt bei Smith Toys. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, weißt ein Abo da und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, euer Felix. Tschüss. Smith Toys Superstores.